Heute geht es in der Winterreihe um Kocher und nicht um irgendwelche Kocher, sondern vor allen Dingen um die für den Bergsport relevanten Kocher. Ich erkläre euch alles, was ihr dazu wissen solltet, alle Vor- und Nachteile. Los geht's! Wir beschäftigen uns heute mit Benzin und Gaskocher und schauen uns an, was die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme für euch, vor allen Dingen im Wintercamping sind. Grundsätzlich könnt ihr aber dieses komplette Video auch für den Sommer verwenden. Es ist relativ allgemein gehalten. Es geht schlichtweg um Kocher. Zuerst schauen wir uns mal die Hard Facts, das Grundsätzliche, was ihr wissen müsst und ein paar Sicherheitstipps an, die für alle Kocher gleichermaßen gelten. Erst einmal ein paar grundlegende Infos, bevor wir uns Kocher im Detail anschauen. Grundsätzlich können wir im Bergsport zwischen Gas- und Benzinkochern unterscheiden. Es gibt natürlich noch viele weitere Arten, aber die sind für den Bergsport über die Jahre aus diversen und auch guten Gründen letztlich ausgestorben. Manche haben von euch vielleicht zu wenig Respekt vor Kochern. Manche von euch haben aber vielleicht auch zu viel davor. Deshalb kurz mal ganz nüchtern. Gas- und Benzinkocher bringen in der Nutzung immer drei Komponenten mit sich. Gas oder Benzin, Druck und Feuer. Diese drei Dinge kombiniert sind super hilfreich, bei falscher Nutzung aber auch super tödlich. Soll heißen, man muss sich vor Campingkochern im Allgemeinen nicht fürchten, aber sie definitiv richtig nutzen. Und das ist etwas, wo es per se schon sehr oft, gerade in Camps, sehr fragwürdig aussieht bei manchen Leuten. Deshalb hier pauschal ein paar kurze Sicherheitshinweise, die euch auch vor schwerwiegenden Folgen schützen sollen. Überprüft euren Kocher vor dem Einsatz auf Funktionstüchtigkeit. Also schaut, ob alle Leitungen optisch in Ordnung sind und keine Risse oder Löcher drin sind. Überprüft die Dichtungsringe, dass sie nicht porös sind und ob die Ventile funktionieren. Das ist eigentlich der lebenswichtigste Schritt. Wenn ihr irgendwo ein Leck habt und Brennstoff an einer anderen Stelle am Weg von der Quelle zum Generator austritt, kann das eine unkontrollierte Brandsituation und dann eine Explosion der Brennstoffquelle bedeuten. Ein weiterer Aspekt ist das Anzünden selber. Sorgt für eine sichere Umgebung, wenn ihr anfangt zu kochen. Bei Benzinkochern ist der Start immer etwas flamurös. Dadurch, durch das Vorheizen und das Starten eine größere Flamme entsteht. Bei Gaskochern ist das Ganze nicht so schlimm. Trotzdem, den Schädel über den Generator halten ist nie eine gute Idee und viel Zeug neben dem Generator liegen zu haben, gerade Kleidung oder so, ist ebenfalls doof. Gebt dem Kocher einfach seinen halben Meter radialen Freiraum. Bei Benzinern besser einen Meter und ihr seid sicher. Ganz wichtig, weil wir hier ja vor allem jetzt in der Winterreihe sind, kocht mit Benzin niemals in eurem Zelt. Und kocht mit Gas nur in eurem Zelt, wenn ihr eine sehr gute Belüftung habt und auch nach oben hin so anderthalb Meter Platz. Die Gefahr des Kochens im Zelt wird gerne etwas falsch eingeschätzt. Gaskocher sind, wenn man sie nicht Vollgas startet, durchaus in der Lage im Vorzeit- oder auch innen betrieben zu werden, ohne dass euch die Hütte abbrennt. Ja, es steht auf den Bedienungsanleitungen, dass das keinesfalls gemacht werden darf, aber das gilt vor allem im Sinne der Belüftung. Wenn ihr ein Zelt ordentlich zumacht und darin kocht und keine Belüftungsschlitze habt, dann seid ihr relativ schnell bewusstlos und halt in Folge tot. Das Loch ins Zelt brennen und das Zelt komplett abfackeln ist bei kleinen Kochern tatsächlich eher unwahrscheinlich, wenn man sie richtig benutzt. Aber ihr braucht eben nach oben hin genug Platz, damit das nicht passieren kann. Bei Benzin ist aber klar, wer damit in einem Zelt startet, steht schneller in Flammen, als er es gerne hätte. Vor allem bei sehr sensiblen Zelten, wie sie heute ultraleicht eben im Bergsport zum Einsatz kommen. Der Benzinkocher muss also draußen eingesetzt werden. Das mal in Kürze zur Sicherheit. Schauen wir uns jetzt mal zur Abwechslung die drei typischen Aufbauarten der Kocher an. Bei Benzinkochern ist es grundsätzlich einfacher, weil wir haben nur dieses eine System. Wir haben quasi immer den Generator mit einer Zuleitung und einem Pumpsystem. Dann haben wir noch die Benzinflasche. Das ist bei allen Kochern gleich, also bei allen Benzinkochern ist das immer gleich. Insofern ist das hier eigentlich ein sehr grundsätzliches System. Sieht bei allen ein bisschen anders aus, aber von der Idee her ist es immer das Gleiche. Deswegen auch sehr, sehr leicht zu verstehen. Dann haben wir noch die Gaskocher. Und hier haben wir jetzt zwei verschiedene Systeme. Wir haben Systemkocher, also so All-in-One-Systemkocher. Und wir haben einmal die klassischen Gaskocher mit einer Zuleitung. Der Vorteil von den klassischen Gaskochern ist natürlich, sie sind super einfach, klein, kompakt. Ich habe hier die Verpackung von dem Kollegen. Das ist quasi so, in zwei Hände passt es relativ gut rein. Und das ist im Prinzip schon das ganze System, das man braucht, wenn man jetzt mal die Kartuschen nicht berücksichtigt. Das Ganze hat Vorteile, aber hat natürlich auch einen Nachteil, der gerne missachtet wird. Und zwar, wenn hier etwas undicht wird, wenn hier etwas reißt oder sonst was passiert, dann haben wir im Prinzip einen defekten Kocher. Wir können das so einfach nicht reparieren und ausbauen. Das heißt, natürlich sind diese Dinger flexibler, aber sie sind eben auch durch das Zusatzteil etwas anfälliger dafür, wenn mal was kaputt geht. Das kann bei All-in-One-Kochern, bei den Systemkochern eben nicht passieren. Wenn wir uns den nämlich jetzt mal anschauen, das hier ist der MSR Windburner, dann sehen wir, dass wir den Kocher einfach hier direkt aufsetzen und die Kartusche direkt an den Kocher dran schrauben. Es fehlt im Prinzip diese komplette Leitung als Bauteil, das eventuell kaputt gehen könnte. Das ist natürlich super praktisch und vor allen Dingen macht es die ganze Sache noch viel wartungsärmer und es erfordert noch viel weniger Überprüfung und gutes Auge und sonst was und sowieso und überhaupt. Systemkocher haben gegenüber Gaskochern aber natürlich auch Nachteile. Vor allen Dingen ist das die Standhaftigkeit. Es gibt den Reaktor beispielsweise, der hat nochmal ein anderes System, aber wir haben grundsätzlich die Möglichkeit, die Kartuschen einzuspannen, auf denen dann letztlich der Kocher drauf sitzt. Das gibt dem Ganzen ein bisschen besseren Halt, aber wirklich eine gute Lösung ist das trotzdem nicht. Vor allen Dingen, wenn man hier aufrüstet, das hier ist der 1 Liter Topf, es gibt noch einen 1,8 Liter Topf beispielsweise, sowohl für den Reaktor als auch für den Windburner. Und dann wird das Ganze schon ein bisschen zu einem Schiff, weil es ist halt einfach, sieht man ja, ein Turmaufbau. Das sollte man nicht vernachlässigen. Die Dinger stehen einfach deutlich besser, vor allen Dingen, sie stehen unter deutlich mehr Umständen. Großer Vorteil ist, dass man die Dinger aufhängen kann. Da gibt es dann nochmal eigene Vorrichtungen dafür, dass man das komplette Kochsystem beispielsweise in der Mitte eines Zelts oder eines Portalages aufhängen kann. Braucht man in der Regel aber eher nicht. Wie gesagt, der große Vorteil ist, sie sind nochmal ein Stück wartungsärmer, es ist nochmal ein Teil weniger dran, das kaputt gehen kann. Und sie stehen mehr oder weniger von selbst, denn die Kartusche bildet letztlich meinen Standfuß und natürlich auch ohne dieses Ding. Und dadurch spare ich mir hier auch nochmal ganz viel Geraffel beim klassischen Kocher. Ich muss hier einfach diese ganzen Dinger erstens mal nicht positionieren und zweitens, sie können mir ebenfalls nicht kaputt gehen oder irgendwie irgendwas schief gehen. Und Multifuel-Kocher, wie hier dieser einer meiner einer, die sind natürlich nochmal ein bisschen spezieller, die sind auch in Erwartung, haben die nochmal ein paar Besonderheiten, sind aber in der Regel nichts, was man unbedingt braucht. Das sind Sachen, die kann man sich zulegen, wenn man Lust auf eine Spielerei hat oder vielleicht Touren in Gegend macht, wo man sich nicht sicher ist, was man verwenden kann und so weiter. Es gibt ein paar valide Anwendungsfälle für Multifuel-Kocher, die sowohl Gas als auch Benzin verbrennen, als auch Kerosin und so weiter. Aber in der Regel würde ich sagen, dass es die Gaskocher eben tun. Und warum, das schauen wir uns jetzt mit den Vor- und Nachteilen der Kocher genauer an. Typischerweise gibt es Vorteile und Nachteile, die einen Gaskocher oder einen Benzinkocher sinnvoller machen. Schauen wir uns zuerst den Gaskocher an. Ein großer Vorteil des Gaskochers ist die deppeneinfache Nutzung von Anfang bis Schluss. Gas anstecken, aufdrehen, anzünden, kochen, abschalten, abstecken, fertig. Kein realer Wartungsaufwand, abgesehen von immer wieder mal etwas putzen. Man kann also nicht so viel falsch machen. Man muss seine Tücken zwar kennen, aber dafür ist jetzt hier an dieser Stelle eher keine Zeit. Damit einhergehend aber natürlich auch ein weiterer Vorteil. Super Wartungsarm. Nächster Vorteil, ziemlich günstig. Günstige Gaskocher gibt es schon für 20 Euro im Sportdiscounter. Weiterer Vorteil, die Dinge wiegen nichts, da sie eben auch wenig Teile haben, je nach System. Die Sache hat aber natürlich auch Nachteile. Erstmal einen ökologischen. Gaskartusche leer, Gaskartusche Müll. Anderer Nachteil, die Beschaffung der Gaskartuschen. Die ist nämlich im deutschsprachigen Raum einfach. Also Sportläden, Campingläden oder Outdoorläden haben Gaskartuschen. Das ist aber nicht überall so. In Nordamerika kriegt man sie tendenziell auch noch immer wieder, vor allem in den Fishing-and-Hunting-Shops. In Asien wird es aber schon spannend, weil sie vor allem nur in typischen Bergsteiger- oder Tracking-Regionen verkauft werden. Es gibt auch abseits dessen noch Kartuschen zu kaufen, oftmals aber entweder Stechkartuschen oder komplett andere Anschlüsse, vor allem in China. Und Gaskartuschen dürfen niemals mit in ein Flugzeug. Ihr seid also darauf angewiesen, dass ihr vor Ort irgendwelche kriegt, wenn ihr verreist. Das kann manchmal natürlich auch ein ganz schöner Krampf sein. Außerdem ganz einfach, Gaskartuschen lassen sich in der Restmenge unterwegs kaum einschätzen. Und sie sind temperaturabhängig. Ist es kalt und die Kartusche wird in der Nutzung noch kälter, nimmt die Leistung ab. Bei minus 5 Grad zum Beispiel habt ihr mit klassischem Gas schon deutlich weniger Leistung. Und früher oder später kackt euch der Kocher komplett ab. Wintergas von Primus löst dieses Problem teilweise und kocht noch bei minus 20 Grad. Und zuletzt für die Schwabenfraktion, Gas ist pro Liter Wasser, der gekocht wird sozusagen, teurer als der Konkurrent Benzin. Schauen wir uns doch diesen Benzinkocher jetzt mal an. Der große Vorteil, er funktioniert überall. Minus 20 Grad, plus 20 Grad, scheißegal, der läuft. Und Benzin kriegt man quasi überall auf der Welt und darf teilweise sogar im Flugzeug mitgenommen werden. Man kann also sagen, der Benzinkocher funktioniert in einem sehr, sehr breiten Spektrum und lässt sich sehr leicht wieder befüllen. Außerdem ist natürlich ganz geil, dass Benzinkocher bei Vollgas einfach unglaublich schnell kochen, selbst bei eisigsten Temperaturen. Die Wattzahlen sind mit vielen Gaskochern einfach nicht zu erreichen. Was ist mit dem Ding los? Das geht ja wie sauer. Jedoch hat ein Benzinkocher einfach eine Stange Nachteile. Erstens, er ist in der Regel ziemlich teuer. Multifuel-Kocher, die also verschiedene Brennstoffarten verfeuern, sind erst um 200 Euro zu haben. Zweitens, das Fehlerpotenzial ist durch die Zusatzschritte deutlich größer. Drittens, es sind ein paar mehr Teile, also auch mehr Gewicht. Viertens, bei den meisten Benzinern muss man vorheizen. Das heißt, mehr aufpassen und auch längere Zeit, bis der Kocher wirklich einsatzbereit ist. Und zu guter Letzt der Wartungsaufwand. Benzinkocher sind Pflänzchen. Sie wollen gepflegt werden. Heißt, freigestochen werden, wenn die Düsen verstopft sind und so weiter. Auch hier gibt es ein paar Kniffe und Details, aber das sprengt jetzt an dieser Stelle auch den Rahmen. Da ich bei Campingkochern nicht weiß, wie weit euer Interesse oder eure Erfahrung eigentlich reicht, weiß ich nicht, wie detailliert ihr diese Tutorials und Videos zu kochern haben wollt. Das müsst ihr mir jetzt deshalb in die Kommentare schreiben. Also, ob ihr Kocher-Videos haben wollt oder braucht oder ob ihr eigentlich eh keinen Stress damit habt. Hängt nämlich natürlich auch von euch ab, ob ich dazu mehr Inhalte machen soll oder nicht. Deshalb tippt jetzt. In diesem Sinne, vergesst nicht, dass ihr ein Kanalmitglied werden könnt oder bei Patreon-Mitglied werden könnt. So bleibt der Kanal erhalten und finanziert sich und ihr kriegt ein paar Bonus-Zusatz und Bonus-Bonus-Inhalte. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer bis zum nächsten Mal eine wunderschöne Zeit und Bergheil! Bis zum nächsten Mal!